Stecker, 18. 18 sagt das Experten-Team. Was sagt ihr? Wir sagen dann 19. Wir wollten auch 18 sagen. Wir wollten auch 18 sagen. Wir wollten 18 sagen. Wirklich? Dann tut es mir leid. Dwight Freeney von den Colts, 16. Oh, tut mir leid. Aber, hey. Warte, warte, warte. Wir geben Ihnen noch eine Chance. Ich gebe euch noch eine Chance. Sucht einen von euch aus. Wenn der es schafft, das Bier schneller zu trinken als ich, ein Glas, okay? Dann kriegt ihr alle zehn Bier, okay? Wer macht es bei euch? Wir brauchen mal zwei Bier auf der Bühne. Ja, ich mache es. Warum bist du der Beste aus dem Triumph? Stecker. Stecker ist der Schwuchspecht von Körn. Dann brauchen wir halt jetzt ein Bier hier oben, oder? Wir brauchen mal ein Bier hier oben. Zwei Bier. Wir brauchen mal zwei Bier. Stecker? Zwei Bier. Zwei Bier bitte. Du musst morgen arbeiten, ne, Kollege? Deswegen trinke ich ein Bier. Das ist das Erste heute. Da haben wir schon mal das Erste. Wir brauchen noch ein Bier. Es ist, wie man es in München kennt, 05. Aber nicht kleckern, nicht überschütten, ne? Und da kommt, glaube ich, schon das Zweite. Nicht aufs Trikot schütten, oder? Also schön sauber ausdrücken, okay? So, da kommt schon das Zweite. Danke schön. Danke, danke. Okay. Aus dein Kommando? Ich mache einen Schiedsrichter, ja? Also, ganz kurz, nochmal zuhören. Warte mal, kommt doch mal nach vorne. Wenn er schneller ist als du, haben sie das ganze Spiel gewonnen. Er darf sich aber nicht übers Trikot schütten. Okay, alles klar. Ich check das. So zwei, drei Milliliter sind okay. Okay, wir brauchen mal ein bisschen Lärm. Und ich sag, drei, zwei, eins, weg! Okay, da hat Stecker mit dem Falschen gepokert. Eine Wahnsinns-Performance. Damit habt ihr das ganze Quiz gewonnen. Ich überreiche euch den Umschlag mit den Biermarken. Guckt vielleicht auch hier nochmal genauer rein. Vielleicht ist was drin, man weiß es nicht. Komm! Auch für euch von Cyberporn. Drei Tickets. Habt ihr jetzt aber auch ein bisschen draufgehofft, sagt mir das ein. Gar nicht, gar nicht. Glückwunsch. Pass auf mit dem Bier, sonst wird das mit dem Spiel morgen leben. Und die Answers are all the two.